Das ist Andreas. Wenn er an unsere Welt denkt, denkt er nicht an zunehmende Erderwärmung, Artensterben und Umweltverschmutzung. Doch genau dieses Schicksal wird uns ereilen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Deshalb ist es jetzt wichtig, etwas zu tun, um diese Entwicklung zu stoppen. Was kann die Wirtschaft als dominierendes Bestandteil unserer Gesellschaft dazu beitragen? Genau damit setzt sich Bernd Mayer in seinem Buch »Wie muss die Wirtschaft umgebaut werden?« auseinander. Bernd Mayer ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Osnabrück und war Vorsitzender des Ausschusses Evolutorische Ökonomik. Außerdem war er im Bundesministerium tätig. Für die Stiftung »Forum für Verantwortung« erschienen 2008 zwölf Bücher zum Thema Nachhaltigkeit. Eines dieser Bücher ist das, was Thema unserer Rezension ist. Bernd Mayer wollte mit seinem Buch »Gesellschaftliche Verantwortung« übernehmen. Dementsprechend wollte er das Thema in die Gesellschaft hineintragen, um das Verständnis zu erhöhen oder erst auszubilden. Zudem war er der Meinung, dass die Menschen im Hinblick auf den Umgang mit der Erde sensibler geworden sind, unter anderem wegen Naturkatastrophen. Außerdem gab es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nur wenig deutschsprachige Literatur, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit für jeden verständlich beschäftigte. Das Buch sollte auch als Lehrstoff für die Thematik Nachhaltigkeit dienen. Das Thema des Buches wird bereits durch den Titel ersichtlich. In den ersten Kapiteln geht der Autor auf die zukünftigen Entwicklungen unserer Erde und deren Ursachen ein. Er vertieft darauf mögliche Lösungsansätze und das Prinzip der Nachhaltigkeit. Dabei stellt er Chancen, aber auch Bedingungen für eine nachhaltige Entwicklung dar. Diese werden auf lokaler, aber auch globaler Ebene beleuchtet. Die Botschaft des Buches ist, dass die Entwicklung und Umsetzung einer globalen und nachhaltigen Wirtschaftsstrategie das Ziel sein muss. Nur so können globale Probleme wie eine extreme Erwärmung der Erde verhindert werden. Bei dieser Strategie sind zwei zentrale Punkte zu beachten. Einerseits muss es weiterhin wirtschaftliches Wachstum geben, da auf diese Weise die Armut bekämpft werden muss. Dieses Wachstum darf jedoch nicht wie bisher geschehen. Es müssen neue Technologien und Konsumgüter geschaffen werden, die umweltschonend sind. Das heißt vor allem weniger CO2-Emissionen und weniger Ressourcenverbrauch. Bei all dem soll Deutschland und Europa aufgrund günstiger Strukturen Initiator sein. Aber auch hier ist eine Bildungsoffensive für geeignete Arbeitskräfte und eine Absicherung geringerer Einkommen nötig, da manche für die neuen Ansprüche nicht qualifiziert sein werden. Dabei stellt sich die Frage, mit welchen Mitteln Deutschland diesen Staat meistern kann. Das Buch ist in zehn Kapiteln. mit einem Vorwort und einem Glossar gegliedert. Die Kapitel untergliedern sich wiederum in Leitfragen oder Unterpunkten. Außerdem sind sie in einer logischen Reihenfolge verfasst, sodass oft auch Bezüge auf bereits Gelerntes möglich sind. Das Glossar erklärt auch Grundbegriffe, was das Buch jeden zugänglich macht. Genau das war schließlich auch das Ziel von Bernd Mayer. Sein Buch ist als Lehrstoff für das Thema Nachhaltigkeit definitiv geeignet. Der Inhalt wird anschaulich und verständlich durch Schaubilder und Diagramme, Beispielsrechnungen sowie Wiederholungen erklärt. Insgesamt wird die an sich nicht unkomplexe Thematik leicht verständlich gemacht. Das Buch, wie muss die Wirtschaft umgebaut werden, hat uns vor allem das Bewusstsein für unsere Zukunft gestärkt. Wir haben gelernt, dass auch wir selbst als einzelne Personen wichtig sind. Unter anderem, weil wir das Thema verbreiten können, aber auch, weil wir Teil derer sind, die ihr Konsumverhalten ändern müssen. Vor allem sollte es für uns als auch für alle anderen Konsumenten ermutigend sein, dass mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit die Probleme unserer Welt tatsächlich zu bewältigen sein können. Andreas ist zwar nur einer von vielen, die etwas bewirken müssen, doch jeder, also auch er, kann etwas dafür tun, die Welt zu retten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017